Und jetzt mache ich Blitzlinks bei euch und mache den Capo an den richtigen Bund und erzähle noch eine lustige Geschichte und zwar eigentlich habe ich dieses Lied damals für die Skorpions geschrieben, aber Klaus Meide konnte sich den Text nicht mehr erinnern. Christian ist jetzt Unternehmer und macht richtig Geld Lisa ist eine Stewardess und fliegt um die ganze Welt Martin ist jetzt in der Politik und Skorpel kennt er nicht Aber was macht Uli eigentlich? Paula ist bankrott und muss ihr Haus verkaufen Torben ist wieder allein, mit Wilke ist das schiefgelaufen Stefan hat ein Alkoholproblem und ist schon mittags dicht Aber was macht Uli eigentlich? Henry wurde psychisch krank Sabine zog nach Köln mit Frank Philipp Job noch immer auf der Karpang Norbert wurde eine Frau Nina wohnt im Plattenbau Katja ging nach Japan Melanie ist glücklich Seit sie geschehen ist Oliver geht's nicht so gut Weil er sie noch vermisst Sie hat das Auto und die Kinder Sie hat nur die Unterhaltepflicht Aber was macht Uli eigentlich? Aber was macht Uli eigentlich? Aber was macht Uli eigentlich? Vielen Dank oxigelich Danke schön